Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich jetzt einmal hier bei Brawlers Battleground, glaube ich, heißt es gelandet. Nämlich, ich will wieder auf jeden Fall wieder diese goldene Waffe bekommen. So, schreibt mal in die Kommentare ein paar Tipps, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was uns hier alles so erwartet, was wir so finden. Okay, Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, dann tun wir mal das hier weg, weil wir müssen ja auf jeden Fall diesen einen Botte eliminieren. Und es ist schon einiges an Arbeit. So. Ich hoffe, dass jetzt hier keine anderen Spieler auftauchen. Okay, das können wir gebrauchen. Hauen wir das hier rein. Ich habe leider keine Pump, aber die brauchen wir jetzt auch eigentlich noch nicht. Wichtiger ist eigentlich jetzt momentan, ähm... ...diese Waffen hier. So. 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 Hier ist jetzt Wasser, aber hier ist die beste, oder die beste Waffe. Hilf mir. gut Kopfschuss geben los jubel ich bin und packen ja, ich habe es geschafft kurz nachladen vor allen sind auch Medikids ok auch geschafft ich glaube wir tun mal das hier zu dem raus holen wir uns einmal die medaille und hier die goldene waffe ich glaube so machen wir das einmal und einmal heilen ok ich glaube so sind wir relativ gut aufgestellt ich würde sagen wir gehen mal hier in die richtung das wollte ich jetzt nicht machen aber ok und jetzt leider kein auto ich hoffe dass ich jetzt wieder epischen sieg bekomme dann habe ich auf jeden fall zweimal miteinander bekommen so ich habe jemanden glaubt nicht keine ahnung sich flügel mitnehmen ich glaube nicht oder keine ahnung obwohl da auch ich dem flügel mit ich tue das raus dafür die flügel also eigentlich habe ich so vor kurzem so vielleicht in zwei runden flügel benutzt und seitdem irgendwie mag ich die wieder weil sonst dachte ich mir okay dann habe ich das inventar damit voll aber ich finde es gar nicht so schlecht wir gehen mal durch den fencing fields wir haben erst einen kill dieses wasser ist so mächtig ich überlege gerade ob ich wirklich das hier raus tun soll und dafür die medikits oder die flügel ich bin mir wirklich nicht sicher was ich jetzt machen soll soll ich das raus tun ich weiß es nicht ich glaube ich lasse mich glaube ich du die flügel raus ich habe diese mir noch momentan am unwichtigsten die sind schon gut eigentlich keine ahnung dann tun wir das lassen wir das medikit weg dann lassen wir das medikit weg medikit wird ja auch eigentlich nicht so oft benutzt deswegen werde ich auch relativ oft noch eins finden ich bin jetzt hier geschossen da unten dieses wasser ist so wahnsinnig toll so 24 spieler leben noch davon ist ein auto komm 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 nein leute das war so knapp leute ich würde sagen ich bin jetzt das video ich hoffe euch hat das video gefallen ich würde sagen bis zum nächsten mal tschau